Hi! Und auch heute mit einem Betthüpfel für dich. Lass uns schauen, was die Laufbox von deinem Liebsten von einem Nachricht bereithält. Konzentriere dich! Oh, dreigleisig! Ich weiß, dass wir eine Dreiecksverbindung sind und dass du diese Dreiecksverbindung gar nicht so toll findest. Aber ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Können wir das nicht so belassen? Wir treffen uns ab und zu, wir schreiben lieb miteinander, aber habe Verständnis, dass ich mich jetzt nicht aus der jetzigen Situation lösen kann und trotz alledem liebe ich dich. Also, wenn ich dich unterstützen kann, melde dich. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis ganz bald!